Herzlich willkommen im Corona-ATL-Sportstudio. Ich freue mich über den Besuch des Sportchefs des SK Rapid. Zaki Parisic ist bei uns. Servus. Hallo. Vielen Dank. Damit wir die verwaltungstechnische Frage gleich zu Beginn klären. Wie gut kannst du mit dem Titel Sportchef leben? Weil offiziell bist du ja der Geschäftsführer Sport. Das ist für uns Journalisten immer ein bisschen schwierig und sperrig zu verwerten. Sportchef ist in Ordnung? Ja, Sportchef ist in Ordnung. Ja, das ist mir eigentlich gleich. Ich weiß, welche Bezeichnung ich habe offiziell, aber ob das dann Sportchef, Sportdirektor ist oder Sportvorstand. Sportvorstand sagt eigentlich niemand zu mir. Okay, also dann, wenn es recht ist, einigen wir uns auf Sportchef, der dieser Tage wie ausgeruht ist, nachdem ja erstens Länderspielpause ist und zweitens die heiße Transferperiode zu Ende ist. Beziehungsweise wie lange hat dieses Transferfinish nachgewirkt? Na ja, ich habe Gott sei Dank Samstag und Sonntag zwei freie Tage gehabt, seit sehr, sehr langer Zeit. Und die habe ich sehr genossen zu Hause, wo ich mich tatsächlich ausruhen konnte. Und nach dieser intensiven Zeit war es auch wichtig, einmal runterzufahren. Und trotzdem hört man ja schon immer wieder, dass die Transferperiode in Summe doch ein bisschen cooler vonstatten gegangen ist, als sonst Corona-bedingt natürlich. Hast du das auch so wahrgenommen? Eigentlich nicht. Eigentlich war es so, dass diese Transferperiode gefühlt noch intensiver war, als die davor. Es ist zwar nicht so viel passiert, aber es ist im Hintergrund sehr viel gearbeitet worden, sehr viel passiert. Und auch mit dem Last-Minitransfer von Thomas Murg war es ja keine leichte Aufgabe, da ist nicht schnell zu reagieren. Was uns ja schlussendlich Gott sei Dank gelungen ist, gut gelungen ist, meiner Meinung nach. Aber das war sehr, es war Transferzeit, wo vielleicht vor dem Vorhang nicht allzu viel passiert ist für die Schleifte. Schlecht für uns Journalisten? Möglich, möglich. Aber hinter den Kulissen hat es schon immer wieder uns sehr, sehr viel getan. Apropos Thomas Murg, auf den werden wir natürlich gleich separat zu sprechen kommen. Ich mag aber trotzdem nur die allgemeine Frage stellen, weil wir um das Thema Corona natürlich auch in diesem Gespräch nicht umhinkommen werden. Hast du das Gefühl oder vielleicht sogar die Hoffnung, dass der Fußball durch Corona ein bisschen erdiger werden könnte und sich wieder eher seiner Wurzeln besinnt? Man hört ja die Transfer-Marktwerte gehen doch ein bisschen nach unten und in Summe könnte es vielleicht auch wieder eine Rückkehr zu den Wurzeln geben, wenn man das ein bisschen pathetisch formulieren darf. Ich denke, es betrifft ja nicht die Fußballbranche. Corona hat ja viele, viele Branchen getroffen, fast die meisten. Es gibt sehr wenig Corona-Profiteure. Und ich glaube oder ich denke, dass nach Corona viele Dinge nicht mehr so sein werden wie vor Corona. Und das schließt natürlich auch den Fußball mit ein, wenn man bedenkt, welche Summen da umgedreht wurden vor Corona. Und jetzt in dieser Transferperiode ist es, glaube ich, nicht einmal die Hälfte gewesen. Da sieht man schon, dass das eine jesnige Wirkung hat, dieses Virus. Und dass uns dieses auch über einen längeren Zeitraum begleiten wird. Und wir lernen müssen, damit umzugehen. Wie gesagt, das betrifft nicht nur die Fußballbranche oder die Sportbranche, sondern es zieht sich über fast alle Branchen. Thomas Murk, du wirst natürlich überrascht sein, dass ich dich auf den Herrn ansprechen mag, weil Trainer Didi Kühlbauer am Tag vor dem Transferschluss, beziehungsweise bevor das Transferfenster geschlossen hat oder geschlossen wurde, schon ein bisschen geschwitzt hat, mag ich einmal sagen, bei der Pressekonferenz. Nach dem Lask-Spiel hat er gemeint, es wäre natürlich fatal, wenn Rapid noch Spieler verlieren würde. Und wenn es doch nicht anders geht, dann muss zumindest ein bisschen ein Gerstel ausschauen. So ähnlich hat er es zumindest formuliert. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass du mir eine Summe nennen wirst, aber hat sich der Deal zumindest bezahlt gemacht für Rapid? Anders gefragt, hast du Didi Kühlbauer beruhigen können? Das hoffe ich doch, aber das war auch so ein Thema. Zunächst einmal war ein anderer Verein interessiert an den Thomas Murk aus Saudi-Arabien. Er wollte diesen Transfer unbedingt vollziehen. Schlussendlich hat das nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Freitag, als er gegen den Lask gespielt hat, kam das Interesse von Paux-Raloniki. Und wir haben herumverhandelt mit dem Verein und haben uns auf eine Summe festgelegt, unter der wir den Thomas Murk nicht gehen lassen, nicht ziehen lassen wollen. Mit der Achter, die Didi Kühlbauer erleben kann. Das wusste er und mit dem kann der ganze Verein leben, weil Rapid ist ja schon auch auf diesem Modell aufgebaut. Einerseits die Zuschauer, von denen wir abhängig sind. Auf der anderen Seite natürlich auch die Transferlöse, die wir immer wieder erzielen müssen. Und die dritte Säule ist der internationale Bewerb. Und insofern ist das in unserer Philosophie, in unserer Gesamtphilosophie verankert. Warum hast du dann am Tag davor gesagt, die Rollbalken sind herunter? Oder du hast dich schon heruntergelassen? Weil es tatsächlich so war. Ich habe mit dem Thomas Murk und auch mit seinem Management darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, okay, wenn sich dieser Verein aus Saudi-Arabien nicht meldet, dann ist der Rollbalken am Freitag unten. Und wie es halt so ist im Leben, manchmal muss man den Rollbalken wieder hochziehen. Wie kurzfristig ist dann der Ersatz unter Anführungszeichen von Thomas Murk, nämlich Marcel Ritzmeier, gekommen? Wie schnell oder langfristig ist dieser Deal vonstatten gegangen? Sehr kurzfristig und sehr glücklich. Marcel Ritzmeier war auf Heimaturlaub in Kärnten und wir haben uns mit seinem Management in Verbindung gesetzt. Er hat sich ins Auto gesetzt, ist nach Wien gefahren und wir haben die Formalitäten erledigt. Es war sehr schnell, sehr flott über die Bühne gegangen und sehr komplikationslos. Eigentlich würde ich mir so jeden Transfer wünschen. Und unabhängig davon gibt es nicht wenig Kommentatoren, die jetzt sagen, es könnte jetzt die große Stunde des Yusuf Demir bei Rapid schlagen. Weil es gibt eigentlich gar keinen Beobachter und keinen Experten, der nicht sagt, der Bursche hat Talent, wie es vielleicht nur sehr wenige bis jetzt in Österreich gehabt haben. Deswegen Frage Nummer eins, ist der schon so weit, um vielleicht die Rolle Murk zu übernehmen? Und zweitens, wie gut ist der wirklich? Das weißt du besser als die meisten anderen. Ja, grundsätzlich möchte ich jetzt nicht über einzelne Talente von unserem Klub sprechen. Wir haben ja sehr viele. Beim Yusuf ist es so, dass er riesig große Sprünge gemacht hat in dem letzten Jahr. Vor allem in diesem Kalenderjahr hat er schon gezeigt in der Kampfmannschaft, auch im U21-Team, was für fantastischer Spieler er ist. Und er ist auf dem richtigen Weg, wenn er so weitermacht, auch was die Einstellung betrifft zum Beruf, was die Arbeitsmoral betrifft, auch was seine Charaktereigenschaften betreffen, ist er auf einem sehr, sehr guten Weg. Und er ist ja ehrgeizig genug und bin überzeugt davon, dass er seinen Weg Richtung internationalen Fußball auch machen wird. Das heißt, du wirst dazu mehr einsetzen kommen? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die man dem Didi Kühlbauer stellen muss. Aber du bist immerhin sein Vorgesetzter. Also glaubst du, dass man den Yusuf Demir in Zukunft öfter und regelmäßiger am Rasen bewundern darf? Ich sehe mich in erster Linie als Partner vom Didi, nicht als Vorgesetzter. Aber ich gehe davon aus, weil er einfach auch in jedem Training immer zeigt, dass ich es weiterentwickeln will. Oder wenn er ins Spiel reinkommt, passiert immer etwas. Spiel werden umgedreht oder werden zugemacht. Also das Talent, das der Yusuf Demir hat, ist unbestritten. Das ist einfach vorhanden. Und ob er dann mehr Einsätze bekommt, das wird der Trainer entscheiden. Aber wenn man davon ausgeht, dass wir einen sehr dichten Spielplan haben, wo sehr, sehr viele Spiele innerhalb kurzer Zeit stattfinden werden, dann kann man davon ausgehen, dass er zu mehr Einsätzen kommen wird. Zittert der Sportchef des SK Rabid, so darf ich ihn ja jetzt nennen. Sie haben es gemerkt, das ist offiziell abgesegnet. Eigentlich schon vor dem heißen Herbst. Ich wage es ja kaum in den Mut zu nehmen, das Schlagwort. Aber tu es jetzt doch, Doppelbelastung. Zumal auch einmal erwähne ich den Didi Kühlbauer ja trotzdem noch. Selbst der gesagt hat, weniger werden die Spiele natürlich nicht. Und die Breite im Rabid-Kader ist schon ein Thema für sich. Das ist auch für mich ein Thema gewesen. Aber es geht jetzt nicht ums Zittern. Ich habe jetzt nicht den Ansatz, dass ich irgendwie negativ denke, dass ich sage, okay, wir haben jetzt so viele Spiele und es wird etwas passieren. Im Gegenteil, natürlich weiß ich, dass man in der Breite besser aufgestellt sein können. Man muss ja bedenken, dass wir den einen oder anderen Langzeitverletzten in unserem Kader auch haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die diese Saison noch zurückkommen. Und Schobesberger sprichst du da wahrscheinlich? Schobesberger-Di Bon, natürlich. Und was ist der aktuelle Stand bei Schobesberger? Das scheint ja eine never-ending-Story inzwischen zu sein. Ja, er befindet sich im Einzeltraining, im Individualtraining, wird aufgebaut. Und ich hoffe, dass er irgendwann einmal in den nächsten Wochen zurückgeführt wird ins Mannschaftstraining. Wie lange es dauern wird, kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Aber natürlich insgesamt gesehen hätten wir mehr Breite im Kader gehabt. Vor allem, wenn es nicht nur die Doppelbelastung ist, wir sind im Kader auch noch dabei. Da reden wir über Dreifachbelastung. Aber wir werden alles unternehmen, damit die Spieler, oder es werden die Trainer schon richtig machen, dass sie die richtigen Maßnahmen treffen, was Belastung und Erholung betrifft. Das Schlagwort Fans oder Zuschauer ist schon gefallen. Wie gut oder schlecht bist du denn angesichts der Corona-Maßnahmen auf die Behörden oder auf die Regierung zu sprechen? Weil der offizielle Verein Esker Rapid in Person von Christoph Peschek scheint ja momentan, sagen wir es mal, ein bisschen grantig zu sein, weil er ja argumentiert damit, dass Rapid ja viel mehr Fassungsvermögen hat in Form des neuen Stadions und er nicht ganz nachvollziehen kann, warum man nicht mehr als 3000 da reinbringen kann oder darf oder soll. Deckt sich das mit deiner Argumentationslinie? Also aus logischer Sicht ist es ja nicht nachvollziehbar, wenn du ein Fassungsvermögen hast von 28.000 Zuschauern und es dürfen nur 3000 rein oder wenn du ein Fassungsvermögen hast von 10.000 Zuschauern und es dürfen 3000 rein. Also man hätte es anders lösen können, so wie auch im internationalen Vergleich, dass man die Stadionkapazität hernimmt und vielleicht prozentuell Zuschauer in den Stadion reinlässt. Vor allem wir als Rapid sind da extrem benachteiligt, weil wir sind schon diejenigen, die von unseren Zuschauern leben, das habe ich eingangs schon erwähnt. Das ist für uns nicht nur eine Einnahmequelle, die wichtig ist, was den wirtschaftlichen Faktor betrifft, sondern auch was den Emotionalen betrifft, ist das ganz wichtig für uns. Und deshalb ist es für mich nicht nachvollziehbar. Ich hätte mir da eine andere Lösung gewünscht, aber in Zeiten wie diesen ist ja wirklich nichts normal. Und ich hoffe aber, wenn man jetzt bedenkt, dass die Fallzahlen sehr hoch sind und vielleicht auch nach oben gehen, muss man wirklich sehr vorsichtig sein und einfach schauen, dass wir diese schwere Zeit, schwere Phase überstehen. Jetzt mag ich die Frage noch einmal aufs Sportliche herunterbrechen und sich von der Hinterseite und auch ein bisschen provokant noch einmal stellen, das gebe ich schon zu. Weil rein sportlich hat ja die weitgehende Zuschauerabsenz keine negative Auswirkung auf die Mannschaft offenbar. Also viel souveräner, als es Rapid getan hat in der bisherigen Saison, kann man ja Heimspiele nicht bestreiten. Was geht denn der Mannschaft eigentlich ab? Oder hätte man dann gegen den Lask vor vollem Haus 5 zu 0 gewonnen? Nein, aber wenn man sich jetzt speziell das Spiel gegen den Lask oder auch gegen die Admira anschaut, gegen die Admira waren 10.000 Zuschauer im Stadion, gegen den Lask waren 3.000 Zuschauer im Stadion, du hast schon gemerkt, wie positiv diese Atmosphäre ist, dass die Fans hungrig sind auf Fußball, Live-Fußball und dass die Mannschaft eine Leistung gebracht hat, wo sie die Fans identifizieren können. Das ist aber auch gewachsen. Das ist ja nicht so, das weiß ich schon, auf was du hinausspielen willst, dass wir letztes Jahr, gerade bei den Heimspielen, die Statistiken wurden uns ja immer dargelegt. Ja, dankbarer Job, wenn ich die unangenehmen Statistiken nicht aufs Tapé bringen muss, sondern du das selber tust. Ich sage ja immer, traue ich nur den Statistiken, die du selbst gefälscht hast. Aber das ist ja auch Tatsache, wir haben zwar gut performt zu Hause, das eine oder andere Mal einfach nicht die Punkte eingefahren, aber es hat nichts mit den Zuschauern zu tun. Ich glaube, die Mannschaft, die letzte Saison begonnen hat, die war eine zusammengewürfelte, eine neu formierte Mannschaft, die musste sich erst finden, Automatismen mussten erst greifen und das geht nicht von heute auf morgen. Aber man hat gesehen, wie sich die Mannschaft dann entwickelt hat und dann vor allem im Meisterplayoff eine tolle Leistung geboten hat mit dem zweiten Platz. Für mich einen sensationellen Erfolg erlangt hat und dazu muss man ja gratulieren. Ich möchte noch ein bisschen über die Person Soran Barisic sprechen und über die Sportchefperson Soran Barisic. Wie waren denn so die ersten eineinhalb Jahre im neuen, so ganz neu ist es ja nicht mehr, aber im mittelmäßig neuen Amt? Viele haben ja schon gesagt, naja, du bist ja ein frisch gefangter unter Anführungszeichen. Wie viel hast du denn dazugelernt? Wie sehr hast du dich weiterentwickeln können in dieser neuen Funktion? Also zunächst einmal bin ich wirklich sehr froh und sehr dankbar darüber, dass ich mit tollen Menschen arbeiten darf. Ich habe unglaublich tolle Kolleginnen und Kollegen, die mir da helfen, die mir zur Seite stehen, die einen tollen Job machen, die, wenn ich die nicht hätte, dann weiß ich nicht, alleine hätte ich das nie über die Bühne bringen können. Und von ihnen lerne ich tagtäglich dazu und bin sehr dankbar, dass ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten darf. Und was die Position betrifft, ja, intensiv, nicht ganz einfach, nicht immer ganz einfach. Mir war es wichtig, Ruhe in den Klub zu bringen, nicht für irgendwelche Schlagzeilen zu sorgen oder irgendwie polemisch zu sein, sondern einfach Ruhe in den Verein zu bringen und dass man dann die Schritte setzen, die zum Erfolg führen, aber zum langfristigen Erfolg führen, nicht nur kurz- und mittelfristig denken, sondern wirklich auch langfristig für den Klub denken. Und möglicherweise ist das auch so eine Art Pioniersarbeit, aber die habe ich schon gerne als Trainer für Rapid gemacht. Und es macht mir wesentlich viel Spaß, vor allem, weil ich weiß, dass ich täglich mit sehr, sehr guten Menschen zusammenarbeiten darf, von denen jeden Tag dazulernen. Apropos Ruhe, das ist ja ein Schlagwort, das mit Rapid jetzt nicht substanziell oder reflexartig einhergeht, weil bei Rapid ja selten Ruhe herrscht. Aber die meisten Beobachter sind sich schon einig, dass das vor allem in den letzten eineinhalb Jahren einmal zumindest kurzfristig gelungen ist, sei das jetzt dein Verdienst oder jenes von Didi Kühlbauer gewesen. Trotzdem gibt es aber auch Experten, die sagen, naja, die große spielerische Entwicklung, wenn wir jetzt vielleicht einmal von der Lask-Partie absehen, die ist nicht erkennbar. Auch, das ist ja das Argument, das ich jetzt dir an den Kopf werfe, weil man Didi Kühlbauer halt eher dafür kennt, nicht unbedingt darauf auszusehen, das Spiel zu machen. Was kannst du denn mit dieser These anfangen? Überhaupt nichts, denn, so wie ich zuvor schon gesagt habe, wir haben die Mannschaft völlig umgekrempelt, wir haben sie verjüngt, wir haben sie schneller gemacht, wir wollten auch schneller in die Spitze spielen, wir wollten zunächst einmal die Defensive stabilisieren, wir wollten auch über das Umschaltspiel zum Erfolg kommen und dann, um uns dann sukzessive auch die anderen Aspekte des Spiels anzueignen und man sieht ja, dass wir sehr flexibel agieren können, verschiedene Systeme, auch verschiedene Spielanlagen, je nachdem, was im Moment gefragt und gefordert ist. Und es ist ja so, zu meiner Zeit war es schon fahrt, weil wir immer dominant waren und es war zu viel auf Ballbesitz aufgebaut. Es wird immer Kritik geben und davor darf man sich nicht verschließen. Wir wollen uns ja weiterentwickeln, wir wollen ja besser werden und das ganze Team rund um unsere Trainer haben ja bewiesen, dass sie sich in die richtige Richtung weiterentwickeln und auch mehrere Facetten des Spiels beherrschen und immer besser beherrschen. Und ich glaube, diese Flexibilität macht die Mannschaft und das Team aus und unberechenbar. Und wir wollen uns natürlich in allen Belangen weiterentwickeln und auch verbessern, aber grundsätzlich sehen wir uns auf dem richtigen Weg. Jetzt mag ich jetzt am Abschluss noch ein bisschen schleimen, auch wenn das nichts journalistisch Kritisches ist, das gebe ich gerne zu, aber sei mir jetzt auch einmal gestattet, weil es gibt, zumindest meiner Wahrnehmung zufolge, kaum einen Menschen, der irgendwie sagt, mit dem Parisitz kann ich nicht, will ich nicht oder das ist ein Ungustel. Man hört eigentlich immer noch, der ist sehr korrekt, der ist eigentlich meistens freundlich, es ist auch kein wirklicher Wickel mit einem Journalisten überliefert. Damit ist es doch nicht zu schleimig, sondern doch ein bisschen journalistisch formuliert. Bist du zu gut oder zu weich für die Schlangengrube Fußball? Offensichtlich nicht, weil sonst würde ich jetzt nicht jahrelang bestehen in dieser sogenannten Schlangengrube. Danke einmal für dieses Kompliment. Ja, ich habe ein bisschen Gewissensbiss, wie sehr ich das in meiner Funktion als Journalist überhaupt tun darf, aber den Eindruck habe ich tatsächlich. Ich gebe dir das Kompliment zurück, du machst es richtig und gut. Aber warum? Gut, wir schauen. Nein, es gibt schon viele Dinge, über die man diskutiert. Die Frage ist immer das Niveau der Respekt und die gegenseitige Wertschätzung. Und wenn die nicht gegeben ist, dann erübrigt sich jede weitere Diskussion. Dann ist es mir lieber, ich diskutiere oder spreche überhaupt nicht mit diesen Menschen. Aber grundsätzlich ist es wichtig, wenn es zu Streitgesprächen kommen sollte, dass man diese so schnell wie möglich aus dem Weg räumt. Vielleicht bin ich ein harmoniebedürftiger Mensch, ich weiß es nicht. Aber dieses Bild von der Schlangengrube Fußball, das zeichnest du ja schon gerne selbst. Wenn ich das kurz ausbladen darf, was sage ich ab und zu im Smalltalk von sich gebe, wo du sagst, du kommst jetzt erst das Drogenmilieu und dann kommt erst der Fußball. So dreckig geht es dazu. Ist das wirklich so? Naja, wenn man sieht, wie es da am Markt zugeht, insgesamt gesehen, am Fußballmarkt, wenn man sieht, dass Spielervermittler oder Manager keine Lizenz mehr brauchen, um da tätig zu sein in dieser Branche, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da alles passieren kann und passiert. Deshalb ist es wichtig, da immer wieder korrekt zu bleiben und auch seriös zu arbeiten. Vielleicht krocht es einmal intern, das muss man ja nicht immer nach außen hin. Soll ja vorkommen, bei dir die Kübauer hört man. Das ist normal, das ist ja ganz normal, man muss ja nicht immer gleicher Meinung sein. Es kann ja ruhig krochen. Reibung erzeugt Energie und wie wir wissen. Und auch mitbekommen kann das auch zu Erfolgen führen. Wichtig ist, dass man immer auf den gleichen Nenner kommt und vor allem mit sehr viel gegenseitigem Respekt und Wertschätzung. Das ist für mich das Allewichtigste. Dann bedanke ich mich für ein sehr respektvolles Gespräch. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu, wie sagt man, romantisch für Sie. Aber ich bedanke mich trotzdem. War mir eine große Freude. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Dankeschön.